Hallo, ich bin Susanne Busch. Ich arbeite freiberuflich im Bereich Patchwork und entwickle dort unterschiedlichste Projekte in unterschiedlichen Bereichen unter meinem Label Quiltista. Ich möchte mit dir die Crazy Patchwork Technik erarbeiten und kennenlernen. Crazy Patchwork ist die ideale Einsteigertechnik fürs Patchwork. Du lernst zuschneiden, nähen, den Umgang mit neuen Materialien und neuen Werkzeugen und in diesem Kurs nähen wir zusammen ein Kissen und eine Tasche. In der Tasche kannst du sehr gut deinen alten Jeans ein neues Leben einhauchen. Die Jeans werden zerschnitten und neu zusammengesetzt. Als Tasche können sie dich noch einige Zeit begleiten. Als Voraussetzung solltest du eine gerade Naht nähen können und mit deiner Nähmaschine gut umgehen können. Ich würde mich freuen, wenn ich dich gleich zum Kurs begrüßen könnte.